Und damit meine Lieben, willkommen zurück zu Vermittite 2 Chaos Wastes. Wir sind jetzt hier in der finalen Folge in der Arena des Mutes. Ja und als Hansmann fehlt mir dann noch Expedition der Entschlossenheit. Können wir dann in der nächsten Folge noch machen. Also in dem nächsten Chaos Wastes 1 lang quasi. Jo, alles jetzt ein bisschen enger hier. Wir haben vier Morgrems Bomben, wenn nicht alle Monster Wampart bzw. Schutzwahl haben im Deutschen. Geht's uns ziemlich gut. Ich bewege das Blitzzeug mal hier in die Ecke. Und jetzt haben wir fünf Morgrems Bomben. Und los geht's. Direkt zwei von denen. Gehen wir uns mal direkt um die nächste Gasratt hier. Wir können uns generell mal ein bisschen um die Specials als sonst. Schubsen wir die hier schön rein. Jetzt hätten wir die besser gebrauchen können. Oh, Shadow Wall oder wie es heißt. Schutzwahl natürlich. Und wir stehen hier im Feuer. Magen wir uns mal schnell unsichtbar. Ich sehe hier nur letzten Müll. Ich krieg hier grad richtig viel Schaden ab. Wir müssen mal hier ein bisschen mehr mit den Schildbäschen jetzt arbeiten. Um kurz voll zu gehen, was Dingens hier angeht. Aber warten jetzt. Magen wir uns unsichtbar. Magen wir schnell alle weg. Egal ob wir ein bisschen Schaden bekommen. Gute ist, wir werden hier schneller, wenn wir hier drauf gehen. Also nicht drauf gehen, sondern auf den Hut hier drauf schauen. Das Problem ist, er macht hier die schnellen Switches. Abwarten. So, da hinten hat noch eine weg. Nicht mit uns. Müssen wieder ein bisschen hier Leben zusammenholen. Aber es ist echt krass, wie gut es hier auch läuft mit einem guten Team. Wir haben so gut wie keine Probleme. Wir machen uns wieder unsichtbar. Und die hier noch schnell weg. Und die da hinten auch. Ich find's toll, der Grane kriegt immer eine von hinten gescheppert. Immer eine von hinten. Schade ist, ich glaube, wir kriegen nicht noch ein Monster, leider. Aber ich glaube, wir kriegen noch eine ganze Welle an Stormwormen und so Zeug. Ist wichtig, dass wir den Kreis hier ganz am Rand irgendwo hinbringen. Drei Stück waren das. Schießen wir mal hier. Nee, wir heben uns die auf. Macht jetzt noch keinen Sinn. Ein Art schon geworden? Okay. Oh, das war's sogar schon. Nice. Wir haben jetzt einfach noch eine Bombe übrig. Die schöne Morgrem-Bombe. Ich find die sieht echt schick aus. Naja. Dann haben wir genug Spaß gehabt. War mal wieder eine sehr, sehr flotte Folge hier. Aber das sind wir doch gewohnt mit den Arenen. Mit der Arena an sich. Nur die Zitadelle ist, glaube ich, ziemlich lang. Und gefolgt von Expedition der Entschlossenheit. Also die dritte Chaos-Waste-Map. Die sind die langen Arenen. Sagt man es überhaupt so? Arenen? So, jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir... Wir haben eine... Ja, wir haben eine vergessen. Hier. Wegen den Truhen. Drei haben wir nur. Statt vier. Schade, schade. So, wir kriegen noch mehr unnötige Kisten. Aber das ist jetzt egal. Und... Seht euch das mal an. Wir haben 500 im Fernkampf getötet. Wir haben echt nichts gemacht, außer Fernkampf. Aber wir haben auch echt ordentlich Schaden gemacht. Viktor ist die ganze Zeit berserk gegangen. Wir haben mit dem Bogen relativ viel Schaden gemacht. Aber dafür halt gar nicht so viele Monster. Und Baden hat er richtig gut aufgeräumt. Und wir haben fünfmal wiederbelebt. Und sechsmal war das Maximum krass. Nice. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr gibt es dann in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss, tschüss.